Alles klar, okay, wir spielen ein Lied für euch. Ja, vielleicht ist da noch zu sagen, dass es da so eine Mehrgipfung wegen, dass bedingt durch den Klimawandel die Eisbären extrem bedroht werden. Das ist allerdings noch ein Werbegig von Osram. Man hat 2500 Eisbären in den 50er Jahren gezählt, bei der letzten Bestamtszählung, die dann, glaube ich, irgendwie im Jahr 2001 passiert ist, waren es 25.000 Tiere. Also man kann da oben fast noch kaum die Tür aufmachen, wo da so ein Viech vor einem steht. Insofern ist das von Osram ein sehr schöner Werbegag, damit ihr die Energiesparlampen vor denen kauft. Ich meine, die könnt ihr so oder so kaufen, ist ja ganz vorteilhaft. Insofern, vielleicht nicht gerade über die von Osram, weil wenn ihr mit verarschen Werbung macht, den braucht man nicht unbedingt unterstützen. Okay, deshalb wollen wir auf viel wichtiger Sachen aufmerksam machen mit dem nächsten Lied, das da heißt Tötet Knut. Ja, ich war wieder einmal in der Hauptstadt in Berlin und dachte mir mal wieder, in den Zoo zu gehen. Etwas schon die Suche ist Schluss und ich war ganz alleine. Da kam mir was entgegen auf vier tapsigen Beinen. Ein weißer Eisbär, ich überkam wie du, das scheiß wie aus dem Fernsehen. Ich hasse Knut. Hau ihn einfach mit dem Hammer auf die Nase. Nimm deinen Wackel und verbring ihm deine Haare. Hau ihn auch einfach mal ein Taschenmesser aus. Und die rote Rose läuft gleich aus dem Hals. Ich hatte schon von vornherein auf ein Geriesenboot. Denn mir geht es super scheiße und dem Scheißvieh geht es gut. Ich schlag ihm erst ein Auge aus, dann packte ich ihn rein. Später dann befeite ich das hier von ein Bein. Meine halbe Küche war voll gesessen mit Blut und dann nur wegen dem Kaxi. Tötet Knut. Hau ihn einfach mit dem Hammer auf die Nase. Nimm deinen Wackel und verbring ihm seine Haare. Tötet Knut. Probier doch einfach mal ein Taschenmesser aus. Tötet Knut. Und die rote Rose läuft gleich aus dem Hammer. Tötet Knut. Tötet. Ja, der kleine Kackbär war schon ziemlich stark verschwissen. Dann habe ich mir die Quell, ihn von oben an zu wissen. Entfankte ihn nach und spielte Gold mit seinem Boden. Spieg damit im Kopf, wischte ich rein im Küchenboden. Ja, ich muss Geld nicht sagen. Er hat mir Spaß genommen. Deutschland liegt in Trauer. Und ich hab selten so gelacht. Hau ihn einfach mit dem Hammer auf die Nase. Nimm deinen Wackel und verbring ihm seine Haare. Tötet Knut. Hoch er doch einfach mal ein Taschenmesser aus. Tötet Knut. Die rote Rose. Und euch bleibt auf die Nase. Tötet Knut. Tötet Knut.